Jo Leute, was geht ab über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute, ihr seht's im Hintergrund, ich bin heute nicht alleine, heute mit ist dabei schmuckig, Digga. Was mach ich hier? Setz dich erstmal hin, bitte. Kannst du mal bitte aufstehen, Digga, was ist das? Nein, ich hab überhaupt keine Lust aufzustehen, Digga, jetzt mach hin. Schau mal jetzt schon so. Und dann machen wir heute mal Challenges, die ihr mir geschickt habt, denn ich hab vor ein paar Tagen auf YouTube per Community-Tab-Posting ein Post rausgekommen, dass ihr mir mal Challenges schicken sollt und da kamen echt so viele Sachen zusammen. Und ich würde sagen, wir probieren heute einfach mal ein paar davon aus, bist du bereit? Ich bin bereit. Digga, ich hab noch gar keine Ahnung, was jetzt kommt, ich sag's nur, aber mach's mal ready und wir gehen rein mit der ersten Challenge. So Leute, wir sind im Bus und erste Challenge kann beginnen, bist du bereit? Ja, was ist die denn? Dann erstmal, wo landen wir, wo landen wir? Lass es löpi, lass es löpi. Okay Leute, erste Challenge, bist du bereit, Digga? Ja. Und du darfst den Boden nicht berühren. Hä? Bruder, wie soll das denn gehen, Junge? Nee, Digga. Das heißt, wir dürfen jetzt nur auf Häusern landen, wenn wir, ah nee, warte, wir können schwimmen. Man berührt ja nicht den Boden, wenn man schwimmt, Digga. Ja, das stimmt. Ja, im Wasser. Wir können uns immer zum Wasser bauen. Okay, wir können uns zum Wasser bauen und wir dürfen halt den Boden nicht mehr. Junge, wie soll das denn gehen? Stell dir mal vor, die Zone ist irgendwo hier oben, Junge. Was soll wir da machen? Ich bin so schwierig. Oh mein Gott. Ey, jetzt auch beim Landen, ne? Aufpassen. Gmblxdash. Danke dafür auf jeden Fall. Ich hoffe, wir reißen jetzt hier. Das Ding ist, Leute, die Challenges sind, also das Video ist sofort rum, wenn wir einen Win holen oder wenn wir halt so oft verkacken, dass wir keinen Bock mehr haben, weiterhin aufzunehmen. Deswegen, ja, wir gehen unser Bestes. Okay, wir können hier schon mal vergessen, oder? Ich habe nur eine Harbude. Ich falle fast runter, Bruder. Okay, lass runter, lass runter. Oh no. Zählt das schon als Boden hier? Hä? Zählt das schon als Boden? Nein, warte, ich komme hier hoch. Du musst... Oh no. Du bist auf dem Boden. Ne, Digga, das zählt hier als Boden. Du warst aber da unten auf dem Boden. Nein, nein. Nein, okay. Okay, Leute, das hat jetzt noch nicht gezählt. So, ab jetzt geht's los. Ab jetzt geht's los. Okay, auf geht's. Ja, da waren die Pro-Skills wieder am Start. Aber ich gebe zu, okay? Ich gebe zu, ich bin mal genau gleich gestorben an der Stelle. Ey, Junge. Genau gleich. Hä, seit wann geht's denn da so tief runter? Ja, das ist schon lecker. Ich dachte, da wäre doch irgendeine Etage oder so. Ich brauche mal ein bisschen hier ab. Das Ding ist, Leute, wir brauchen ja jetzt so unendlich viele Mets, weil ohne Mets können wir ja absolut alles knicken jetzt hier. Boah, stimmt. Deswegen baller ich mir schon mal was. Und ich habe zwei grüne Pistolen. Büsste gehen raus? Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall Gegner, also theoretisch können wir mal ein bisschen Action schieben. Digga, es ist ja so langsam. Ja, dann lass nach oben aufs Dach, oder? Okay, da hinten wird dick geschossen. Ja. Ich würde sagen, sollen wir jetzt rüber bauen? Ich gehe hier aufs Dach hoch. Okay, ich hiel mich gerade noch ein bisschen, weil ich noch absolut down bin, Digga. Junge, was war das für ein Fail am Anfang, Leute? Das war so geil. Ey, achte drauf, dass wir im Fight nicht runterfallen. Ja, ja, ja. Einer ist oben. Hab ihn. Wo? Ganz oben. Da hinten. Ich sehe noch einen. Aquamont. Ab zwei. Schön, Digga. Das ist er. Ich wasch ihn. Hab ihn. Leute, als ob du jetzt alle auf Entfernung geholt hast. Ja, ja. Hier bei mir. Noch einer. Boah, Digga. Let's go, Alter. Jetzt, was ist denn hier los, Junge? Auf geht's. Okay, Boots, Junge. Nein. Ah. Hab ihn. Da hinten war doch ein Schiff, oder? Oh, stimmt. Komm, komm, komm. Boah, hier kann man sich noch hielen, Digga. Bei dir? Ja, guck mal, hier kannst du dich an dieses Ding dran. Okay, warte, warte. Ich komme zu dir. Vorsicht, Vorsicht. Bin drin, bin drin. Oh, Bruder. Boom. Nein, ich wollte in Richtung. Was mach ich da? Schmucki. Komm. Digga, ich bin so blöd, ne? Ist ja nicht mehr normal. Okay, und let's go. Alles gut, ich hab ne Heal-Kanone. Wenn jetzt erste Runde der Win wird, dann machen wir trotzdem noch einen Challenge, aber... Okay. Aber dann sowieso nicht, Bruder. Es leben noch 31 Leute. Rechts den Gegner, rechts den Gegner. Echt? Ja. Oh, ich seh es. No, 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 no. Bau, 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 bau. Bau, bau. Junge. Bau. No. Ich hab gebaut. Ich wusste nur, wie man war, Mann. Ich hab hinter uns gebaut. Oh, no. Ja, da waren überall. Der eine war hinter uns, der andere war vor uns. Wow. Das Ding ist, wir durften halt nicht aufsteigen. Was soll man auch machen, Digga? Ja, ist auch schwierig. Egal, Leute. Wir machen weiter mit der nächsten Challenge. Und so, let's go in die nächste Runde. So, Leute. Weiter geht's dann mit der zweiten Runde. Und ich würde sagen, bist du bereit? Bin bereit. Vielleicht öffne ich wieder random eine Challenge, Digga. Und zwar ohne Headset spielen. Oh, shit. Okay, warte. Lass es so machen. Oh, aber dann höre ich dich gar nicht mehr. Sound komplett aus. Sound komplett aus. Ja. Sollen wir uns hören oder nicht? Nee, ohne Headset ist auch, wir hören uns gegenseitig nicht. Okay, dann. Also, okay, Paradise. Ich hab's schon aus, Digga. Ich höre dich nicht. Ah, Schmocki. Und raus. Er hört mich auch nicht. Ich hoffe, er geht auch raus. Ja, er geht auch raus, Leute. Ey, ohne Headset. Wie soll das funktionieren? Ich spiele jetzt einfach. Oh, mein Gott. Grüß dich raus an. Fischer Forti, der das Ganze hier geschrieben hat. So, das hat einfach 16 Likes. Komm, da, Junge, ab geht's. Das Problem ist, ich weiß es ja nicht mal, wo. Ich hab keine Kiste. Er ist jetzt oben gelandet. Das hab ich schon mal gesehen. Okay, Leute, wir haben eine blaue Pump. Das ist eigentlich vom Ding her ganz geil. Oh, let's go. Ich bin wirklich ungewohnt. Er wird wahrscheinlich ja über mir sein. Mal runter zu Lukas. Kämpft er? Nee, ne? Ja. Oder ist er im Fight? Ich glaub, er ist im Fight. Er hat eine Waffe draußen. Ja, ist so eklig. Oh, schön. Oh, da ist noch einer. Oh. Boom. Da kommt noch einer. Nein. Hä? Wo ist Schmocki? Er holt mich. Du kleine 31er. Junge. Ey, wie soll das denn gehen? Ich hab ja nicht mal gehört, dass das einer ist. Ich hatte keine Muni mehr, Lukas. Deshalb hab ich dir nicht geholfen. Ich musste den Schritt gerne umholen. Ich dachte, das war Schmocki. Aber, Leute, die Challenge ist noch nicht verkackt. Schmocki lebt ja noch. Guck mal, der ist so lust. Der hört ja nicht von oben, von unten. Der kann ja überall sein. Rechts, Bruder. Junge, jetzt hab ich dir nicht geholfen. Oh, der hat sich noch gedauert. Oh, shit. Digga, Fortnite ohne Sound. Hallo? Ist das... Fortnite ohne Sound ist so eklig. Du hast keinen Plan, wo die Leute sind. Kein Plan. Erst recht, ich geh raus. Dann knall ich den Einen noch ab. Feier mich voll. Ich dachte die ganze Zeit, du stehst noch hinter mir. Ist auf einmal ein Gegner, Bruder. Boah, das war aber eine krasse Challenge, Digga. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Erst recht, bei uns gerade ein Hund. 100.000 Leute, Digga. Wir machen ready und gehen direkt in die Wiese runter. Ey, das ist doch schwieriger, als nicht den Boden berühren. Ja, Digga, die war kein Eisdrausch. Ohne Witz. So, Leute, weiter geht's mit Challenge Nummer 3. Bist du bereit? Bin bereit. Boah, bitte mal was Einfaches, Digga. Und wenn du eine Scar findest, endet das Video. Also, wenn ich eine Scar finde... Okay, dann lass du löppi. Dann lass du löppi. Dann ist das Video aber zu Ende. Ja, ich weiß. Ey, das ist so eine behinderte Challenge. Ich hab mir ganz viel rausgesucht und einfach gehofft, dass die nicht kommt. Und das Ding ist, grüße gerne an der Channel mal raus an die Buddies Zocken. Die machen ja auch immer so Challenges. Wenn das und das passiert, endet das Video. Und dann immer, wenn die eine Scar sehen, endet das Video so ganz abrupt, weißt du. Ja. Das heißt, auf korrekt, wenn wir jetzt Leute töten, wir gucken nicht deren Loot an, okay? Digga, das Video endet eh nicht, weil man eh nie eine Scar findet. Genau, wenn man das sagt, finden wir jetzt instant eine Scar. Nein. Ich wette es, Digga. Digga, Scar ist so schlecht. Stell dir mal vor, ich flieg jetzt irgendwo drüber und sehe eine Scar. Komm zu mir, versuch bei mir zu landen. Wie witzig das wäre, Digga. Okay, ich komm. Das wäre witzig. Also, entweder wird das jetzt hier die Challenge, die wir halt gewinnen werden, wo wir die Runde jetzt holen. Oder das Video wird gleich einfach ausgehen. Aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Digga, ich mache immer Abmode und so bei meinen Videos. Und das kann ich dann einfach nicht mehr machen. Äh, da hinten ist Gegner. Oh, die sind ja ganz schön. Komm, lass sie pushen, wir sind hier viel zu offen. Hier vor uns, in einem Haus. Lass den erstmal ausschalten. Komm. Da, er bot. Ich komm, ich komm, ich komm. Hab ihn. Shit. Von links irgendwo. Hat mir hart gegeben. Nimm die Pumpen, Muni, bitte. Hast du? Ne, ich hab, ich hab, ich hab. Ey, lass kurz healen da. Pump, Digga. Also, du. Junge, ich kann das Wort nicht ausgehen. Die werden angeschossen. Nein. Digga, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Nein, Lukas, geh da nicht alleine rein. Lukas. Nein. Mann. Und du hilfst dich immer noch weiter, statt immer zu mir, kommst. Digga, du bist am Arsch der Ende, als ob ich jetzt mich kurz zu dir teleportiere. Junge, was? Ja, hä? Ich bin raus, Bruder. Hä, ich hol dich jetzt. Tschö. Ja, ja. Easy. Moin, Bruder. Oh. Ich kann ihm jetzt. Ja. Danke fürs Helfen, Digga. Das war ja easy. Okay, weiter geht's mit der nächsten Challenge. Und zwar, Bruder, jetzt bin ich aber anders gespannt. Von Music Knight. Spiel ein ganz normales, mach aber Spiel nur mit den Gegenständen von Gegnern. Also, du killst ein und nimmst alles, was er hatte. Das ist meine Challenge. Echt? Hast du schon mal gemacht? Ja, das ist meine. Lass es löppi. Du nimmst eine normale Waffe am Anfang und sobald du einen Gegner killst, ja, du darfst immer Waffen vom Boden aufheben, okay? Aber wenn du einen Gegner killst, musst du alles wegwerfen in deinem Inventar und alles von ihm nehmen. Aber Metz darfst du behalten. Ich glaube, du hast eine voll die krassen Waffe und dann killst du so einen Bot, der sie rüberlang nur versteckt hat. Ja, so ist das in meinem Video. Dann hast du eine graue Pistole. Okay, let's go, Leute. Das Ding ist ohne Flachs. Hier bei dem Video, alle Runden, die wir jetzt gerade machen, sind First Tryer. Also, der allererste Versuch. Ihr seht es ja auch gerade. Manchmal sterben wir super schnell und manchmal kommen wir ein bisschen weiter. Deswegen nicht wundern, wenn wir manchmal so reinkacken, aber ich will hier nichts faken oder so. Deswegen, wir machen das hier schon alles komplett real. Boom! Schön, Junge. Digga. Kleiner 31er. Du musst jetzt aber seine Waffen nehmen, ne? Ja, aber ich habe eine Pump. Und er hat nur eine Pistole. Ja, eine Pistole. Ey, ist das ein rolliger Scheiß, Alter. Das ist richtig eklig. Ist das eklig. Ja, ja. Du darfst die Pum auch nicht nehmen, oder? Oder darfst du sie nicht noch nehmen? Ne, ne, ich darf sie jetzt auch nicht nehmen. Die ist ausgeschieden aus dem Spiel. Ich habe ihn. Schön. Ich nehme alle seine Sachen. Boah, Bruder. Let's go. Tausch gegen deine. Ey, ne? Aber du darfst jetzt nichts mehr einsammeln. Wenn du einen killst, nur die Waffen von dem. Ja, okay, okay. Wir machen es so. Wir machen es auf richtig radikal. Ey, wir müssen jetzt reingehen. Ich muss einen killen. Ich habe eine graue Pistole. Ja, komm, komm, komm. Ich kann die Runde nicht gewinnen mit einer grauen Pistole, Digga. Auf correct. Ey, Junge. Was ist das für eine Challenge? Ja, gewinnen, aber nur mit den Waffen vom Gegner. Boah, Digga. Das ist ja anders behindert. Ja, hier unter uns, glaube ich. Ja. Ne, hier links. Ah, ich sehe ihn. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Ah! Wo denn? Ich habe mein Herz in den Falschraum an. Ne, ich habe den Richtraum an. Ich komme. Bei mir? Ja, ich kann ihn nicht. Ich habe auch nur eine Pistole. Ullauf, Ullauf. Ich habe ihn. Und es ist noch einer. Hab ihn. Ja, ich kann hier die Waffen aufheben. Alle Sachen weglaufen. Ja, ich habe ja nur eine Pistole, Bruder. Du hast keine? Ach, ich hatte nur eine Pistole. Was ist denn hier noch von meinem? Das nicht, nicht das, nicht das. Das nur von deinem? Das ist alles von mir. Man darf auch nichts aufheben und nichts. Ja, darf man auch nicht. Okay, weiter, weiter. Okay, let's go. Was mit Metz? Darf man wenigstens Metz holen? Metz darf man? Ganz normal nehmen. Du musst deine Metz nicht wegwerfen. Nur mit den Waffen. Warte mal, darf ich mich hier unten healen? Ja, klar. Da sind Gegner. Let's go, Liga. Ja. Oh. Da wurde genau beim Loot gebaut. Oh, 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 oh. Aua. Ja, GG. Habt ihr einen Hit? Hier liegt sogar eine Pumpgun und du darfst die nicht mehr aufnehmen. Chill, chill, chill. Lass mal hier chillen. Die kommen eh. Die sind schon irgendwo. Nein. Das ist ein Sniper. Hat einer P. Ich hab ihn so hart gelasert. Beide rechts. Einer Sniper. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, der andere hat gerade einen 50er. Der andere hat Loot. Da kommen, Digga. Das ist die Asche, oder? Weiter Loot. Ja, let's go. Oh, die werfen eh Granaten. Boah, Digga, hier liegen so schöne Waffen, ne? Boah. Hab ihn. Lass mir den anderen. Ja. Hab ihn. Wuhu. Er hat da mal beschissenere Waffen. Alles wegwerfen. Alles wegwerfen. Okay, warte. Ne, die hab ich jetzt schon geholt. Oh, meine hat die krassen, krasse Sachen. Und die Minis, Digga. Oh mein Gott. Was war denn jetzt hier dem, Leute? Ich glaub, nur das hier, ne? Doch, die grüne war auch noch dem. Ey, hier liegt sogar eine Bandagen-Bazooka, Digga. Und ich kann sie nicht nehmen. Sag scheiß drauf, das brauch ich nicht. Oder ich hol sie mal mit. Die war dem Gegner. Ganz stark. Boah, Bruder. Ich weiß grad nicht, ich hab ne AR. Ob die jetzt schon vorher da war? Ne, war sie nicht. Hab ja mit der Farm was gespielt. Keine Ahnung, falls. Tut mir leid, Leute. Ja, sollen wir beim Loot auch bleiben? Hier kommen safe noch andere hin. Können wir machen, wie du willst. Komm, wir pushen den. Rechts irgendwo beim Haus, Digga. Ja, wir pushen den, komm. Ah, ich seh den, ich seh den. Ja, ich seh den auch, warte. Boah. Digga, der war ein Multimillimeter. Neben seinem Scheiß-Kopf, Alter. Multimillimeter? Was? Ja, das war... Multimillimeter, ja. Wo ist der hin? Ah, Maus, Maus, Maus. Ich komm, ich komm. Chill, rush dir alleine. Er ist über mir. Boah, das sind zwei, glaub ich. Ja, das sind zwei. Schnell, schnell, komm von oben, komm von oben, komm von oben. Oh, oh, oh. Nein, Lucas. Wie? Digga, sie ist so ein Bot. Sie ist so ein Bot. Aber ich bin noch viel mehr Bot. Da unten. Warte. Hilf mir. Hilf mir, fünf AP, fünf AP, sterbe, drei. Weißt du, was der Scheiß ist? Was? Ich darf mich nicht healen. Hä? Du hast doch was dabei. Nee. Oh Gott, du darfst dich echt nicht healen. Aber schau mal, was ich mir hier gönne. Blaue AR. Oh, lecker. Minis. Bruder, ich würde dir jetzt Minis geben, aber den darf ich leider nicht. Nein, darf ich auch nicht. Oh, das ist ein bisschen mehr. Fuck. Wow. Hast du getroffen? Nein. Aber es war knapp. Boah. Bruder. Okay, lass da runter. Lass da heal. Okay, jetzt. Wir pushen die. Aber irgendwie sehen die low equipped aus. Nee, Moment. Ich glaube, die kämpfen jetzt. Schmocki, ich bin One-Hit. Nee, ich sag's dir. Lass die jugieren und einfach in die Zone laufen. Komm. Ey, Junge, Schmocki. Ja, komm, komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Digga, es ist so behindert. Ich habe 30 AP. Und konnte eben Minis angucken. Er ist da oben. Wo? Er springt. Die musst du auch in die Zone. Komm, komm, komm. Da oben. Ich seh. Ja, ja, ich renne, ich renne. Hey, warte mal. Ich habe 3 Kinn. Ah, Scheiße. Zone, Digga, Zone. Einer vor Ort, ne? Der ist direkt hier. Ja, ich was? Lass ihn pushen. Digga, ich werde sterben. Das ist great. Schön. Warte, warte. Einen long? Ich muss in die Zone. Ich muss jetzt in die Zone. Abweide, abweide, abweide. Okay, dann nehme ich das Equip von der letzten. Und ich habe 12 AP und ich kann mich nicht heilen. Ich werde gesnipen, während ich das Equip auswechsel. Ich wurde gesnapen. Nein. Ich werde das Equip auswechsel. Ja, die Challenge ist halt hart. Aber wir haben gut gespielt, Digga. Und ich hätte mich wirklich nicht heilen können, ne? Dann würde ich mal sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben. Das schaut gerne auch bei Spocky vorbei. Und ganz wichtig, schreibt uns mal neue Challenges für den Part 2, die wir dann vielleicht irgendwann mal machen, in die Kommentare, Leute. Rastet dann mal richtig aus, Leute. Schreibt mal so richtig krasse Sachen rein, weil das war jetzt so der erste Versuch. Und wir haben es leider schon nicht geschafft. Aber wer weiß, vielleicht in der nächsten Folge, Leute. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao.